Okay, wir sind im Novation Stand und neben mir steht der Dankbar und der wird uns was Neues zeigen, einen neuen DJ Controller. Was haben wir hier Dankbar? Genau, wir haben hier den neuen Twitch for Itch, komme ich gleich noch zu. DJ Controller, speziell gemacht für Serato Itch, seht ihr hier auch. Wenn wir mal kurz auf den Screen drehen, ihr seht das, wir haben zwei Decksystemen, da läuft gerade eine Platte, da läuft das nächste Stück. Wenn wir zurückgehen, wir spiegeln im Grunde genommen mit dem Twitch ein Zweidecksystem. Klassisch kennt ihr, wir haben zwei Volumes, Deck A, Deck B, Crossfader, aber on top haben wir ein paar Sachen, die brandneu sind. Eine Geschichte würde ich euch gerne kurz zeigen und zwar ist das der Touchstrip. Wenn wir den Touchstrip hier sehen, da haben wir verschiedene Modis, mit denen wir arbeiten können. Wenn der läuft, seht ihr, bewegt er sich und wir können im Grunde genommen die Platte anschubsen oder abbremsen hier auf dem Touchstrip. Also es ist nicht das klassische Stretchwheel, sondern berührungsempfindliche Strips. Was wir da drunter haben, sind Performance-Modi, die weit über das rausgehen, was wir normalerweise bei DJ-Mischern oder Controllern haben. Und zwar gibt es da vier verschiedene Performance-Modes pro Deck. Wir haben einmal Hot Cues, das heißt, ihr könnt acht auf diesen Pads hier, acht verschiedene Cues setzen, mit denen ihr sofort bestimmte Positionen in euren Songs direkt anfahren könnt und ablösen könnt. Wir haben hier den Slicer. Der Slicer zerlegt im Grunde genommen mein Material, was ich habe und ich kann über diese Pads neue Anordnungen des Materials machen. Das heißt zum Beispiel, ich kann Groove sofort remixen in Real-Time. Was wir noch haben, sehr gut für ein DJ-Set, Auto-Loop. Ihr drückt zum Beispiel einen Takt im Auto-Loop-Format und es wird sofort absolut rund einen Takt als Loop gebildet. Oder Loop-Rolls kennt ihr, diese klassische Geschichte. Man hat zum Beispiel einen Zweitakter und geht runter bis auf Sechzehntel, wo die Sechzehntel dann nur noch irgendwie extrem schnell flangen. Auch das geht entsprechend hier mit. Ich hätte eingangs gesagt, Twitch ist speziell gemacht für Serato Itch. Es ist aber so, dass wir neben Serato Itch auch noch ein Control-Map haben für Traktor-User. Also ihr ladet einfach das Control-Map rein, könnt sofort Traktor entsprechend damit steuern. Oder ihr könnt es als Standard-Midi-Controller, als Fernbedienung zum Beispiel auch für Ableton Live benutzen. Dafür, dass er mir vorher gesagt hat, er hat zwei Minuten die Finger drauf gehabt, kennt das schon ziemlich gut. Und hast es zum Gitarristen so erklärt, dass er es verstanden hat. Also, ich wünsche dir eine schöne Messe und vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch auch. Viel Spaß.